Hey Leute, hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute bin ich hier mit meiner Gastschwester Anna und ihrem Bruder David. Die beiden sind Amerikaner, haben sich aber dazu bereit erklärt, mit mir heute eine Deutsch-Challenge zu machen. Ich habe mir also, ich glaube, 14 oder 15 Wörter aus dem Internet rausgesucht, die angeblich die schwersten deutschen Wörter sind für Nicht-Deutsche. Und ja, sie werden jetzt probieren, diese Wörter auszusprechen und dann werde ich ihnen sagen, wie man sie richtig ausspricht. Und dann gucken wir mal, wer gewinnt. Hallo. Hallo. Ich heiße Anna. Ich habe Deutsch vor zwei Jahren gelernt. Und auch heute ist mein Geburtstag. Ich bin 16. Woohoo. Er ist mein Bruder. Ja. Ich heiße David. David. Ja. Ich bin 19 Jahre alt. Ich bin 19 Jahre alt und ich studiere bei Colorado Stadtuniversität. Er hat für vier Jahre Deutsch gelernt. Ich weiß nicht, wie du ihn mitnehmen kannst. Warum? Ich weiß nicht, wie du ihn mitnehmen kannst. Ich weiß nicht, wie du ihn mitnehmen kannst. Blue eye. Blue eye, blue eye. Rrrrória. Oh. Zwanzig. 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 Sehr gut. Ja. Oh, es ist so. Das macht Spaß, Anne-Cham. Das war fantastisch. Oh. Runtgen. Is this the guy who made X-rays? Ja. Ich weiß nicht, ob es ein Mann ist. Der Mann? Röntgen. 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 Toch. Über die Chirke. Das war... Hard. Schleig. It's like... I don't know this word. It means like, little pig of the sea. I don't know which one one! Guinea pig. I was gonna say... I was gonna say seafood. See food? Meereschweinchen 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 David sagt, on point! Jaaa Meereschweinchen Du kannst es besser machen Meine Deutschlehrerin hat eine eine Stemp Wie sagt man das? Stempel Stempel Das sagt, du kannst es besser machen So, wenn Leute eine leichte Note bekommt sie würde das Stempel Ich liebe Frau Jürgens Sie sind sehr schön So funny, you had a long word there and you were like half now and you put it there See me the best for glass Rechtschreiben 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 Leichtschweibung. Ja. Leichtschweibung. Frucht. 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 Oh, sehr gut! Frucht. Frucht. Frucht! Oh! Eichhörnchen. Is this an Icicle? No, wait. I don't know what this is. Is this an Icicle? No. Eichhörnchen. 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 It's not chen, it's chen. Eichhörnchen. 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 Eichhörnchen! Eichhörnchen. Oh, I know this. I know this. Bbrotchen. Bbrotchen. Ich liebe zu Brötchen essen Hönchen 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 Und Hönchen Hönchen Chicken Oh Duh Ooooo I never really did Q's in German Okay Kua Kuu Kui Anna, sometimes I take English words and put them in German words Quietchenchen Quietchenchen You were better without us now HAAAHHHHH Wow HAAAHHHHH Ohhhh Wait, what? Kui-chenchen Whoa Kui-chen-chen Kui-chen-chen Chen-chen Kui-chen-chen Kui-chen-chen Now we're doing Chinese Kui-chen-chen 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 Ah Kui-chen-chen Kui-chen-chen I'm gonna need a second Streichholzschechtelchen. 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 Das ist nicht gut. Was bedeutet das? Streichholzschechtelchen. 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 How about I'll repeat after you think, break it up into parts. Streichholzschechtelchen. Now two. Streichholzschechtelchen. Schächtelchen. Streichholzschechtelchen. Streichholzschechtelchen. Okay, was bedeutet das? Ja. Match. Schweizer Stagetouchen. Und das allerletzte Wort ist jetzt ein riesenlanges Wort. Ich werde es euch ja hier oben in den Namen nennen. Und das habe ich auch online gefunden. Verwende ich nie in meinem Sprachgebrauch, aber das geht es eigentlich nicht. Rechtsschutzversicherungsgesellschaften. 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 Ja. Ja. Oh, no, we dropped one. Dropped one what? Shit. We dropped something. Oh, schlitz. Schlitzschuhlaufen. 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 Does that mean snowshoe running? Where is snowshoe? Oh, schlitz. Was Anna might say it. Auf Wiedersehen. Bis später. Auf Wiedersehen. Das war sehr Spaß. Und ich... Ich hoffe... Ich hoffe... Ich hoffe... Ich hoffe... Ich hoffe... Das... Das... Wie ist es denn? Noch mal? Nachbom... Das Video... Ich hoffe... 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 Ich hoffe...